Was ist eigentlich nur offene Wissenschaft, wirkliche Wissenschaft, denn Kernpunkte von Wissenschaft ist Transparenz, ist Reproduzierbarkeit und das ist eigentlich das Versprechen von offener Wissenschaft. Eigentlich müssen wir das offen streichen und eigentlich nur von Wissenschaft reden und alles andere ist keine Wissenschaft. Ich selber profitiere davon, dass ich Sachen nachbauen kann, also das heißt, ich kann mir Studien nehmen, ich kann genau nachschauen, was ist denn dort gemacht worden und kann das auch meine eigenen Probleme anwenden. Und das ist momentan häufig nicht der Fall. Und erst wenn ich eine offene Wissenschaft habe, wo all dies gut dokumentiert ist, kann ich auch meine eigene Forschung effizient betreiben. Vielen Dank.